Salza trägt einen falschen Namen, das ist nicht Salza, das ist Herkules oder Chuck Norris, denn sie ballert alle Gegner weg, wie es nur geht. Herzlich willkommen zurück bei Eternal Sonata, wir befinden uns im nördlichen Teil des Geheimgangs von Andanteno. Und hier waren wir eigentlich schon mal, und ich glaube genau, es ist hier rechts rum, und hier unten sollte es jetzt eigentlich weiter gehen. Wir haben ja jetzt alle Kisten aufgesammelt, wo ich jetzt gerade, boah, gewusst habe, wo die ungefähr sind, weil, boah, mehr Wege habe ich nicht gesehen, und irgendwelche Verstecke, da unten wäre nur eine. Wie kommen wir da hin? Kann ich hier runterspringen? Ah, oh nö, da ist es wieder von vorne. Nein, hoffentlich lohnt es sich. Oh, ein Zweigschwert, ja, warum nicht? Oh, ey, schauen wir das Zweigschwert dann mal an. Wow, acht Schaden mehr, das ist gut, schnell und stark, schnell ist es auch. Altmodisches Ritterschwert, leicht und, boah. Seltener Schwert aus dem Tiefland, okay, Altmod, wow. Und bei Selbstverteidigung eine giftige Flüssigkeit ab, aber das hier, bam, das haut rein. So, ich würde mal sagen, da laufen wir alles halt wieder zurück. Oh, Gegner, lass mich in Ruhe, danke. Oh, alles wieder zurückgehen, oh. Oh ja, aber jetzt bin ich mir aber sicher, dass wir alles haben, oh mein Gott. Oh Gott, das war jetzt ein bisschen doof, oh. Schade, schade, aber, eh. Oh ja, oh, sie lassen mich ausruhen, das ist gut, du kehrst dich gerade um. Kerl dich um, kerl dich um, kerl dich um. Danke, oh, nicht hier, oh, ich komm nicht vorbei. Oh, ich komm nicht vorbei. Okay, so, Salsa, mein Lieber. Autsch, schau ihn doch an, du doofer. Schau sie jetzt, äh, nein, Autsch. Uh, jetzt ist es, Bombs, 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 Bombs. Sie macht auch sehr viele Echos. Das finde ich klasse. Und Push-Up. Okay, ich finde es aber krass, wenn die beiden jetzt gerade so auf meiner anderen liegen. Was, 24? Ja, 24. Uh, und beide sind gut. Und ich sollte Beat vielleicht mal heilen. Das wäre vielleicht Sternplä... Oh mein Gott, ich habe so viele Sternplätzchen. Lauf ich gleich mal eins aus. So, und zwar hier. Und dann Sternplätzchen habe ich auch schon sechs. Das ist gut. So, da bekommst du das hier. Und dann 40 Plätzchen habe ich hier auch noch eins. Das könnte ich an ihr geben. So, sehr schön. Die anderen können warten. Ja, 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 die können warten. Äh, vielleicht gibt es mal eine Zeit, wo... Wer auch noch. Vielleicht gibt es mal eine Zeit, wo ich ein Kreuzkleb benutzen kann. Und dann sind alle wieder glücklich und fett. Wo sind sie? Oh, so weit weg. Und da. Nein. Oh, alles verschlossen. Nee, 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 nee. Wir haben ein Problem. Wir brauchen eine Brille. Aber wenn ich so steiner bin. Kinder. Ja, so viele halten die Fledermäuse nicht aus. Aber die Schattelkücher von den Fledermäusen, die sind was anderes. Wie sie mit einem anderen Kaliber. Oh. Aber die Fledermäuse an sich sind eigentlich ganz einfach. Uh, Salsa auf Level 80. Seht ihr die Werte? Ich weiß nicht, wo von den Werten hier Salsa so viel Schaden macht. Ich meine, Tempo hat sie sehr viel. Das merke ich, weil sie immer als erstes drankommt. Aber magischer Schaden? Angriffsschaden? Das ist ja gar nichts. Wirklich. Das ist doch gar nichts. Aber die macht Schaden. Boah. Das ist unglaublich. Ja, okay. Vielleicht, weil sie sich buffen kann. Ich weiß ja nicht genau, wie viel besser sie wird, wenn sie sich bufft. Moment. Ich habe das Gefühl, der sieht mich sowieso. Egal, auf welcher Seite das er sieht. Beweeg dich. Nicht zu mir. Ja, ja, ja. Ich bin mich daran gewöhnt, dass diese blöde Fledermäuse nicht immer sind. Und ich kann nicht blocken. Und jetzt. Uh. Oh. Jetzt kommt Salsa. Ja, ich muss jetzt gerade nichts einsetzen. Das wird ja jetzt gerade nichts bringen. War bei ihm. Jetzt wird's hoch. Wie viel Echtes kann man sammeln? Ich bin jetzt nur auf 32 gekommen. Mehr nicht. 24.000 Schaden. Boah, Mann. Meine Truppe ist langsam aber sicher voll in Ordnung. So, das sind wir wieder beim Speicherpunkt. Das ist gut. Da geht's nicht mal zu lange. So, wir können die jetzt. Hüah. Nein. Nein. Oh, wo ist er? Wo ist er? Oh, ich kann beinahnen. Cool. Geil. Dann machen wir uns schön. Warum nicht? So, ich greife mal die zwei ein. So, jetzt sollte einer in Riva. Zwei in Riva sein. Boah. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich langsam fast überlässig bin. Nein, weil ich halt dementsprechend keine Probleme mehr habe. Weil, ja. Also. Ausrüstungstechnik her ist Salsa dementsprechend sehr, 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 sehr weit hin. Jetzt ist er in Riva. Die macht schade. Das gefällt mir. Oh, David ist auf Stufe 19 angelangt. Ich glaube, ich lasse den gleich noch drin. Damit er auf die Stufe 20 kommt. Ich habe, glaube ich, sonst niemanden mehr, der unter 19 ist. Genau. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, wenn ich alle ein bisschen trainiere. Es geht ja dann auf die Zeit von meiner Kappe. Aber wenn man vorstellt, wenn ich immer nur die gleichen benutzt hätte. Dann wären die ja jetzt verdammt hoch. Oder nicht? Hölle Norden. Okay, da waren wir schon. Genau, stimmt. Da sind wir runtergesprungen. Und ich hoffe mal, das war jetzt die letzte Kiste, die wir so ergattern müssen. Warum sind die so breit? Oh, mach dich mal ein bisschen kleiner. Okay. Oh, zwei Fledermasen. Die muss ich mir knallen. Nein, beide knallen. Beide knallen. Oh. Okay, sie sind leider nicht tot. Aber jetzt. Bei der. Oh, ich bin so kopf. Oh, kopf. Ah, schon gedacht, sie werden nicht sterben. Aber nein, sie sind über. Sonst würde es ein bisschen länger gehen. Jetzt kommt noch Saisen rein. Oh, das ist olle Haarfackel. Ja, der ist sie über. Der ist sie über. 33.000. Boah. 33.000. Schade auf den Kopf. 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 Und er ist sie über. Du, 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 du. Bitte schau mal weg. Danke. Ja, ich kämpfe gerne mit der Gruppe. Für jeden. Ich meine, sie sind stark. Das macht richtig Spaß. Okay, ähm. Zweiter Sprecherpunkt. Ich schätze mal, es kommt irgendwann mal der Andantino-Boss. Äh, ja. Deswegen. Ich speichere mal kurz. Bis gleich. So. Schauen wir mal, was da unten noch alles auf uns lauert. Außer diese blöden Skorpione, die leider ein bisschen zu breit sind für unsere Brust. Noch mehr Skorpione. Boah. Also da unten könnte man sehr gut trainieren, würde ich sagen. Oho. Das wird sich schon fast lohnen. Sie geben einigermaßen Erfahrungspunkte und, oh, gute Items. Droppen sie auch noch. Aber die Höhle, die ist ja riesig. Bitte, schau mal weg. Pfirsichkopf. Danke. Hm, da vorne kommt sicher noch was. Genau, noch mal ein Pfirsichkopf. Hallo. Ja, die lasse ich jetzt mal aus. Ich hab's mir verdient. Ich habe jetzt sehr, sehr, sehr viele Gegner getötet. Hm. Da kommt noch mal ein Skorpion. Die lassen mich sehr in Ruhe. Oh, diese Gegend, die gefällt mir. Man kann ausweichen. Manchmal. Nicht immer. Hallo. Pfirsichkopf. Pfirsich, Pfirsich, Pfirsichkopf. Habt mich gesehen. Oder Kürbiskopf. Oh mein Gott. Kiste. Ey. Gehen wir hier entlang. Diese Kiste nehmen wir mit. Und ich schätze mal, jetzt muss ich Büffelhorn. Uh. Büffelhorn. Eine neue Waffe für Friederike. So. Eichenstopp. Schau mal. Okay. Boah. Hab ich eine Waffe übersehen? Das 13 plus. Ich takt schon aufs Blitz im Sonnenlicht. Verbiegt sich nicht leicht. Boah. Das ist ja enormst ein Aufstieg bei seinem Angriffspunkten. Das ist echt... Wow. Enorm. Okay. Ich geh jetzt einfach mal hier entlang. Und... Was gibt's hier? Da ist noch was auf dem Boden. Da gibt's nichts. Da gibt's eine Leanne. Da können wir nichts tun. Ich mach mal eine Runde. Hm. Hm. Okay. Dann... Ist alles gut. Kein Gegner. Eine Kiste mit einem schönen Stock drin. Hm. Ja. Kein Gegner. Das ist gut. Und dementsprechend geht es nicht viel weiter mit den Wegen. Oh mein Gott. Ein Zweig. Okay. Es wäre noch schön, wenn ich irgendwelche Übersichtskarten hätte. Ich will nicht sehen, wo durchlaufen man kann. Äh. Okay. Moment. Ich muss ein bisschen schauen, dass ich auf die andere Seite sehe. Und dementsprechend doch noch ausweichen kann bei den Gegnern. Wo zum Teufel führt uns das hin? Oh mein Gott. Okay. Bevor ich hier mal weitergehe. Muss ich, glaube ich, mal oben hier schauen. Ob da noch was war. Aber ich schätze mal, da ist nichts. Dann können wir noch je nach unten schauen. Oh mein Gott. Diese Höhle. Sie ist groß. Sie ist mächtig. Oh. Wie das in meiner Ohren. Ja. Okay. So. Hier haben wir auch noch so einen. Oh. Zweiger. Äh. Danke. Es ist nämlich vorbei. Was ist da unten? Ich glaube, das ist eine Kiste. Also gut. Da drüben sieht es eigentlich nicht danach aus, dass da irgendwas Spezielles noch ist. Ah, Kiste. Ja, ich hab's gesehen. Okay. Da drüben müssen wir da hin. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh. Äh. Sehen wir was? Da ist auf jeden Fall... Nein. Also bis jetzt hab ich noch nichts gesehen. Aber... Es sieht danach aus, als würde es da weitergehen. Drachenschuppe? Was ist eine Drachenschuppe? So, wir schauen jetzt mal nach, was da eine Drachenschuppe ist. Nein, da. Also. Was? Es braucht vier Platz, boh. Erhöhlt Verteidigung um 10%. Die Schuppe an der Drachen ist klein, aber schwer. Ja. Ja. Das sieht man. Okay. Von da, dass du da war, ich schon mal. Ich versuche jetzt einmal hier voll zu kommen. Oder auch nicht. Okay. Drei Gegner. Wie sehr greife ich den hier an? Dann kann ich noch... Aber geht der noch backen? Ob ich jetzt mal? Jawohl. Oh, yeah. So. Boom, boom. Wie geht's da drauf? Wird der vielleicht schon? Nein. Wird nicht. Okay. Sehr gut. Oh, dann ballern wir mit Speed noch ein bisschen wieder in die Runde rein. Oh, haha. Sehr schön. Okay. So. Ich glaube... 32. Ja, das lasse ich mal schön ruhen so. Okay, schauen wir mal. Jetzt kriege ich noch... Ich glaube, mehr als 32 geht nicht. Und ich krieg's auf jeden Fall nicht hin. Vielleicht mit Beat, aber... Weiß nicht. Bugs, 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 bugs. Dann machen wir noch ein bisschen... Bugs, 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 bugs. Ja, ich mach so wenig Schaden. Ui. Das war jetzt so ein bisschen schnell, aber ich hab's geschafft. Ein Wunder ist geschehen. Okay. Ich bin ein bisschen doof. Das mal. So wenig Schaden... So wenig Schaden macht mit dieser Attacke. Achso, ja, wenig Schaden ist genügend. Also... Macht sehr viel Schaden, aber... Boah. Ich hoffe mal, ich komm gleich mal eine neue Attacke über für sie. So, wir gehen auf diese Seite nochmal. Hier geht's ja nochmal runter. Hm... Und der andere Weg, der... Boah, der sieht mir danach aus, als würde er weiterführen, weil es so weit nach unten geht. Oder, ja, es kein Ende gibt, was wir gesehen haben. Deswegen geh ich mal hier entlang und da könnte jetzt noch eine Kiste auf uns warten. Oder auch nicht. Eine Sackgasse. Ist auch schön. Aber dafür haben wir diesen schönen Wasserfall gesehen. Vielleicht ist unten einer und trainiert seinen Geist und, äh, ja, das Kopf über, über den Wasserfall und plätschere da ein bisschen da rum. So. Also, hier entlang müssen wir. Dir können wir schön ausweichen, Junge. Oh, danke fürs Vorbeilasse. So, und dann müssen wir hier durch. So. Der Rest haben wir eigentlich gesehen. Hallo. Er hat Augen im Hinterkopf. Und das war eine Fledermausen. Die sitzt einfach nicht mehr da. Wow. Okay. Waffen. Sehr schön. Gebuff sind wir. Oh, sie braucht eigentlich noch Tempos hier. Irgendjemand hat doch nur Tempos hier. Ich habe ja zwei Paar Tempos hier, oder? Die müsste ich fast an Salsa geben, damit sie noch ein bisschen schneller unterwegs ist. Uah, fast Salsa. Ich weiß nicht, wieso Salsa so viel Echo-Punkte macht. Das ist ein bisschen verwirrend, aber wow, gefällt mir. Lieber ein bisschen mehr, ist zu wenig. Noch mehr Kreuzklee. Okay, so, Moment. Ich muss jetzt meine Temposchuhe finden. Ich bin mir nicht sicher. Also, Viola hat sie nicht, aber der Frederick vielleicht. Nein, dann ist es die Polka. Hallo, Polka. Gib mir deine Temposchuhe hin. So, du bekommst jetzt die schöne Temposchuhe. So. Dann bist du ein bisschen schneller unterwegs. Ich sollte das vielleicht in Zukunft ein bisschen anpassen. Meine Autodichtung mit den Ascensuaren. Da könnte man noch sehr viel rausholen. Das ist mit den Temposchuhen. Oh, jetzt schon 24 Sterne? Mann, was ist das für eine? Oh, ich finde sie cool. Ich mache verdammt viel Schaden. Aber ich finde es doof, wenn die Tauschquests weitergehen, dann muss ich ein paar Temposchuhe hingeben. Das gefällt mir nicht. Ich will das nicht. Ja, meine Temposchuhe, Freunde. Die sind cool. Die sind super. Sie sind heiß. Ja, sie sind schnell. Turbo-Träter. Okay. Warum gehen alle auf Beat? Lass mal den Kleinen in Ruhe. Ups. Ui, okay. Hat nicht gezählt. Ich habe nämlich schon gedrückt. Widerstand ist zwecklos. Ja. Banz, banz, banz. Antone, Wälder. Ö, Watt, Wälder. Antone, Wälder. Antone, Wälder. Ja, das war die richtige Entscheidung. Denn das ist ein weiterer Angriff. Und dementsprechend sind jetzt beide vernichtet worden. Boah. Ich bin Gold. Ich kenne meine Skills. Was zum Teufel. Oh, schon gekriegt. Oh, Schatten. Oh, Schatten. Oh, Schatten, die an diesen... Oh, Schatten, die da sind, ey. Oh, ich sehe nicht. Nein, der kann nicht mit... Seize nicht dazu die Antone, weil es hier keine andere Attacke hat. Das ist natürlich ein bisschen schade. Oh, nein. Oh. Ja. Okay, wir machen aber das hier wieder und jetzt... Autsch. Oh, die... Die kann ich einfach noch nicht. Die greifen einfach verdammt schnell an. Man hat sehr viel Zeit zu blocken. Mann. Aber dafür greifen sie irgendwie nur einmal. Hahaha. Diesmal nicht, Freund. Okay. Ach, hier sind wir. Verdammt, der lebt noch. Kriege ich ihn? Kriege ich ihn? Nein. Aber jetzt. Was? Der lebt noch. Oh, der ist jetzt aber hinüber, oder? Nein, auch nicht. Jetzt doch. Okay, dann ersparen wir das einmal. Boah, Echo. Sichtig. No, mobs die, sei. Geh doch ins Licht. Aber meine Mama hat gesagt, gestorben ist ins Licht, oder? Äh. Ja. Sack du. Stamplettschön. Ja, uh. Alle kriegt auch Stufe 20. Das heißt, Allegato kommt raus. Feuerwelle. Uh. Ach so, stimmt. Feuerwelle und der neue Skill. Haha. Hab ich schon fast vergessen. Viola. Nein, ich bocke. Viola. Genau. Sie hat ein Falkenauge. Wir haben ein Falkenauge hier. Wow. Der ist gut. One Piece. Grüßt. Ja, Falkenauge markiert das Ziel und verstärkt die Kraft des nächsten Angriffes. So wie es eigentlich bei Salsa ist, bei dem Schattenriss. Ah. Absorbiert Leben vom Gegner und verstärkt die Kraft des nächsten Angriffes. Absorbiert Leben vom Gegner. Könnte sein, dass sie sie selber heilt? Das war cool. Äh. Hab ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. So, Moment. Wer war das? Allegato. Äh. Rand des Abgrunds. Himmelsteiler. Feuerwelle. Bombs. Äh. Himmelsteiler. Sonnenschlitze. Also ich mach eigentlich hier. Der Sonnenschlitz. Sechs Treffer. Zwei Treffer. Schlägt zurück. Mittel. 1,6 Sekunden. Spezialenrott. Ich nehm mir der Himmelsteiler raus. Dafür die Feuerwelle. Plus 65 Fuß. Ach so. Ja. Ein Feuersturm umfängt das Ziel und Gegner dahinter. Oh. Oh. Nehmen wir die Feuerwelle mal hier rein. So. Sehr schön. Haben wir einen neuen Skill bekommen. Oh. 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 Ich hab fast vergessen. Muss ja wechseln. Oh. Du bist 20. Du kommst weg. Polka kommt rein. So. Hallo Polka. So. Jetzt machen wir aber nicht mehr allzu viel Damage. Äh. Ja. Wir haben jetzt. Ja. Ein sehr. Oh. Gleich kommen so viele Gegner. Ein sehr passives Team. Ihr seid Kacke. Meine Lieber. Kacke seid ihr. Ihr seid blind. Wie Fledermäuse. Äh. Verdammt. Jetzt muss ich nochmal meinen Glück herausfordern. Äh. Jetzt muss ich auf die andere Seite. Ja. Jetzt stehen gerade mal. Kacke. So. Bewegt euch meine Jungs. Bewegt euch. Ich will hier vorbei. Los. Lauft. Lauft. Nicht gegeneinander. Oh mein Gott. Ihr seid blöd. Hallo. Ja. Ich wollte ja nicht nur eine anlocken. Aber. Ja. Ging wohl. Ein bisschen schlecht. Dafür kann ich nachher. Vorbeilaufen. Buffen. So. Schön. Baffen. Bom. Okay. So. Borka. Achso. Du hast jetzt. Ah. Ich habe schon wieder die Tempo-Schuhe vergessen. Hm. Was zum Teufel. Okay. Warum nicht. War jetzt gerade gar nicht mal so schlecht. Dass ich mich gehalten habe. Aber ich wollte eigentlich nicht. Nein. Du bist gemein. Oh. Er steht aber im Licht. Oh. Der wird jetzt aber auf die Nuss kommen. Die Nuss bekommen. Also. Jetzt geht's. Oh mein Gott. Er lebt noch. Oh mein Gott. Er lebt noch. Ach. Verdammt. Ich hätte was anderes machen sollen. Okay. Er ist beschäftigt. Und du greifst jetzt beide wieder an. Lass mich stolz. Oh. 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 Ich habe gesehen. Dass die Borka immer wegschaut. Da die Böden wird. Ach. Verdammt. Es geht einfach immer viel zu schnell. Oh. Es wird giftig. Oh mein Gott. Warum greift sie plötzlich so viel mal an? Was ist das denn? Hör auf zu lachen. Es lief jetzt nicht. Das geht mir zu schnell. Das ist aber nicht. Das ist klar. Aber ich bin gut vorbereitet. Ich bin sehr gut konzentriert. Ich bin sehr gut. 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 Gibt es. Nein. 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 Ich wollte mich noch bewegen. Ich wollte mich doch bewegen. Äh. Okay. Der ist hier nie überatmet. Ah. Bombs. So. Noch ein bisschen Sterne sammeln. Echt groß. Ich muss einfach noch mehr halten. Ich wollte eher. Äh. Stand noch Erteilung. Oh. Sternplätzchen. Immerhin. ja lauf 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 danke so was haben wir hier ein skorpion was ist ein bisschen schade dass irgendwie am anfang kommt weil sie halt jetzt aber ich bin da was so ich war weg oder sie warum eigentlich egal warum zum teufel alle drei alle drei weg das ist gut okay das hätte ich jetzt nicht gedacht hoffen wir alles hat sich gelohnt wie immer ich habe doch schon genug sterben plätzchen da bekommt man ein stern plätzchen und diese sterben plätzchen braucht man dann weil man diesen weg hier aufgeopfert hat um hier entlang zu kommen das ist doof gefällt mir nicht aus voll wieder specher punkt bis gleich okay leute so ich habe gerade gemerkt dass wir eigentlich von der zeit her fertig sind okay hier geht es weiter ja machen wir beim nächsten mal weiter mal schauen ich schätze mal diese höhle die werden nicht mehr allzu lange sein deswegen würde ich mal sagen wir machen hier beim nächsten mal weiter nicht dass der party wieder 50 minuten wert wie meistens nein quatsch so ich wünsche euch noch einen schönen tag wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei eterno sunata und wir hoffen wir kriegen einmal wieder einen richtigen gegner nicht so wie diesen waschlappen hier okay nein ich habe die gegner einfach langsam aber sicher mal im griff und ja außer diese blöden kürbisköpfe gut trainieren schätze ich mal muss ich nicht ich könnte jetzt eigentlich alle auf level 20 noch machen aber glaube nicht dass es nötig ist weil solange ich gut blocken kann geht das schon auf jeden fall ich muss für salsa einmal schöne kleidung finden damit sie ein bisschen mehr abwehr hat genau sonst vergesse ich das spieler so du bekommst die temposchule weg und die pokker bekommt die temposchule so sehr schön haben wir das so wir machen beim nächsten mal weiter und ja bis dann und schöne gesundheit bis zum nächsten mal ciao